Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Der Abbau bei der Stadthalle ist nun nicht abgeschlossen. Das zeige ich euch jetzt. Die Boden ist hier weg. Die Boden ist hier weg. Die Boden ist hier weg. Aber hier ein bisschen aufwacht muss ich die Reise verschillt werden. Die Boden ist hier weg. Im Schildepark ist abgebaut. Im Schildepark guck ich, wie weit es da abgebaut ist. Im Schildepark ist die Spargassenarena. Wenn da noch was zu sehen ist. Für mich ist es auf dem Abplatz. Das hat es definitiv ein bisschen blüß. Das ist ein bisschen blüß. Das ist ein bisschen blüß. Das ist ein bisschen blüß. So im Jahnpark sieht es immer noch nicht wesentlich anders aus. Und damit kann ich jetzt zum Marktplatz fahren. Zuwaltstraße vom Marktplatz Uffräuser. Die Klötze sollen auf der einen Seite weg sein. Auf der anderen Seite sind sie drunter. So weiter vorne. Man sieht das gibt heute nichts mehr. Das ist schon kurz vor. 20 Uhr. Wegräumen. Deswegen ist heute nicht nur noch das drunter stehen. Dann bleiben die Alu-Teile über Nachts ehrenlos. Um... ... in dem zu. ... in dem. ... En. ... ... ... Also wird es moin, bis zum abgestiegenen wird. Und damit erstmal Schluss für das heutige Video. Seid bitte so nett und liked es. Beziehungsweise abonniert sogar noch den Channel, wenn ihr es nicht schon habt. Bis dann.